eigentlich das ist für meine ansicht nach ist das eigentlich schnell gemacht wie du willst ich kann dir das in die quest eigentlich jetzt schnell fertig machen muss nur laufen hey wieder zu hause ist schon wieder melon mein gott ist man kurz eine expedition ist wieder alles alles hier komplett gewachsen tatsächlich im regen auf vom becken kann man eis einschmelzen also wir müssen wir bauen einfach mal eine billow base in dem ich stelle ich brauche dafür noch ein bisschen holz hast du fackel eine ja ja gut kannst du eine feuer stelle ich würde vor der water ich würde vorschlagen dass wir noch eine feuer stelle dort bauen würden kleine billow damit wir genug warm haben übrigens wenn man pflanzen zu lange nicht ernst dann verkompostieren die okay also das ist passiert also ich habe eigentlich alles was ich brauche hier mal holzboden komplett mit dem weizen ist auch passiert hier mit dem ding auch das geht noch ja egal wir sind jetzt eh nur ein paar die dingens dann brauche ich mal mache ich mal sechs holzwände so dann brauche ich das auf meine fortnite skills short keys also dann habe ich das ausgerüstet dann brauche ich das da drauf dann nehme ich den da den lasse ich hier also ich renne mal dorthin wo wir hin müssen ach hier ist der beutel ich muss kurz sauerstoff wieder befüllen beziehungsweise kann ich den anderen nehmen der hier voll ist ja gute idee ich habe nicht so gut was ich ja toll ich habe schon was dabei was bringt uns nichts so wegen lilinien gut ich bin wieder ready zu zufälligerweise noch lilin irgendwo rumliegen ich nicht dass ich wüsste ohne die den kriege ich keinen heiltraum platziere die stöhne ernichtung auf dem boden des arktischen kletters unter einem unterschlupf und aktiviere sie ok ich brauche nochmal ein haus plus 300 gesundheitsregeneration ach mein gott das ding ist aber genial ja ne ein heiltraum also ich würde ihn gerne nehmen oder besitzt mitnehmen jo was 5 kilometer ich check das gerade nicht wenn ich hier bei ähm bei dem bei der fitness app ne bei apple äh bei apple hier reingehen übersicht dann stehe ich ja schritte das sind sie 7500 und die strecke 5,6 kilometer hä ja aber ich bin nie 5,6 kilometer gelatscht total doch durch all die schritte die du am tag machst ach so hab ich das gedacht ok also ich bin wieder unterwegs in die arktis mhm die frage ist äh wo will er da möchte er dass wir das aufbauen am besten wäre ja für uns wenn wir es am anfang aufbauen dann haben wir nicht so einen weiten weg scheiß wolf fisch dich wie viele äh hirschköpfe hast du da drinnen ja oh mein gott wer are you unterwegs so ich 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 packe gerade einem reh fest lol was rennt hier alles in der gegend rum schon wieder ein bär 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 bist du ja ich könnte nachschauen ne ich aber du bist viel weiter da runter viel weiter ja der killt mich er hat mich gekillt ok rettung in art ich bin ja auch warte mal bis er bis er nicht mehr so aggressiv ist ja er hat aber ein paar pfeile im arsch jetzt ist er nicht mehr aggressiv und dann sollte er sich einig verpisten ja er verpisst sich jetzt bist du wieder oben auf dem stein nein auf dem weg ich habe ihn glaube ich gesehen diesen bösen hasen haben wir level 44 hasen neben angesehen der war glaube ich nicht so nett ich habe das gefühl je länger die mission dauert umso um höheres level werden die tiere Junge da ist ja jemand am boden oder ja achso Inventar öffnen nein ich dachte bei nehmen ne ich kann dich auf dem rücken nehmen äh ich habe tiefe wunden äh ist das ein neset ne ja ist in arbeit hier nice dankeschön mhm mhm ja übrigens Eis geht auch äh hat auch äh he he auch ne Haltbarkeit he 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 what ja da ist der Bär ignorieren ja komm also rot Junge Junge tot danke sehr dachte schon äh wird jetzt schwierig für dich höchste 10 Wildschweine äh Stufe 1 wolf der hat mich tot hat er so oh mein Gott Lull mich tötet in Stufe 1 was ist denn da hinten los das ist ein Geizir geile Scheiß nochmals so ich prügele mir aber wieder Futter rein oh ja und noch eine Health Potion einfach mal weil ich es kann oh ja das ist eine gute Idee ich schmeiß jetzt äh die Fackelchen an guck kurz ins Inventar yo warte mal was brauche ich zum eine Fackel herstellen okay ich kann eine herstellen perfekt also Faser ne und Stöcke waren es ja glaube ich ich nehme auch ein paar mit perfekt nicht dass wir hier total am Arsch sind ich brauche glaube ich schon relativ viel Fasern also all you gotta do now is turn it on when the storm's hot let it charge up and wait okay ich könnte 4 4 Fackeln könnte ich machen ähm ich habe zu wenig Wände hä? ich habe zu wenig Wände eingerechnet ja wir haben hier Bäume hier ist der Holz hier ist der Holz F interagieren halte den Hammer bereit komm rein komm rein wo hast du das Holz? draußen okay ich mache schnell eine Billotür gleich vor der Tür so ich habe jetzt äh 100 Holz gut gut Stahlhammer bereit halten so machen und ab geht die Post falls du hier willst hier 100 117 bisschen Stöcke und die Stöcke hast du zufälligerweise eine Feuerstelle die du bauen kannst ich brauche Stöcke Stöcke habe ich dir gerade gegeben ah der Stufe 62 ah ähm Junge tschüss ich renne ich renne ich renne weg ja ja und ich häng fest ne toll ja bist du gestorben ja ich ich war festgebackt ah toll nein der Stufe 22 der ist der nicht ist der noch dort ist der noch dort ja 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 der hängt der hängt bei mir rum jetzt verpisst er sich in deine Richtung meine Richtung na toll jetzt kehrt er wieder um jetzt hängt es glaube ich da ein bisschen wahrscheinlich ist es ihm zu warm könnte gut sein jetzt hat er glaube ich das Interesse verloren nochmal Stealth Modus brauche ich es dann nicht mehr bis vor der Hütte Mann, dieser Kackbär Das war doch einfach zu viel Junge, ah Gleich mal Eine Health Potion reingezogen Dann, was zieht es sich an, der Trottel? Normale Kleidung Ich hab, scheiße Hast du zufälligerweise Fasern da? Warte mal, ich muss mich kurz retten, indem ich ne fackel Ey, ansonsten bin ich tot Ja, ich hab die verwunden Kannst du bitte mir kurz Fasern geben? Sonst kann ich hier die Tür nicht fertig machen Äh, Fasern 164 hab ich da Perfekt Komm rein Da ist ein scheiß Bär Und jetzt noch ein Wolf So Jetzt sehen die uns nicht Müssen wir wieder von vorne anfangen Der Wolf Wir können uns Los geht's So Ja, ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin